So alle Leute, Strinds hier mit einer etwas anderen Mitteilung, nämlich bin ich ab Montag, also vermutlich ab heute, im Urlaub. Eine Woche bin ich weg, bin in Tunesien und ja, das bedeutet eigentlich nichts, denn ich werde auf den Montag oder auf den Dienstag ein paar Resident Evil 5 Videos hochladen, damit diese Woche nicht vergoldet wird und uploadt und damit ihr nicht weint oder so. Und ja, dann habt ihr quasi 5 Videos oder 4, je nachdem, bereit, wenn ich in den Ferien bin. Und ja, wenn ihr auch in den Ferien habt, schöne Ferien, wenn nicht, dann nicht. Heute weiter auf Resident Evil 5 sind richtig geile Parts mit mir und Punk. Und was gibt's noch, was gibt's noch? Ja, nach Resident Evil 5 kommt natürlich Resident Evil 6 und weil Punk und ich das blind machen, also quasi am Releasetag, kann es sein, dass Resident Evil 5 ziemlich gerusht wird mit den Uploads, also wundert euch nichts, wenn nach den Ferien 2, 3 Parts am Tag kommen, wobei ich das eh freut. Und ja, nur kurz sagen, dass ich in den Ferien bin, also falls ich nicht irgendwie upload oder nicht antworte, was auch was ich, dann bin ich nicht tot, sondern bin einfach nicht am PC. Und ja, vielleicht mache ich ein paar Videos von Tunesien, wer weiß. Ich let's play Tunesien blind. Und ja, das war's auch so. Viel Spaß, was ihr mir auch sonst tut und Spam Punk ein bisschen voll. Und ja, bitte keine Hate-Mails oder so, sonst muss ich euch vergreschen. Nee, ist schon gut. Äh, ja, wie gesagt, eine Woche nicht da, viel Spaß in der Woche ohne mich. Und schaut euch die Videos an, wenn es geht, nicht gleich aller Montag, weil sonst habt ihr dann den Rest der Woche nichts zu schauen. Immer pro Tag ein Video, so wie ihr es gewohnt seid. Und ja, wir sehen uns in einer Woche oder hören und schreiben uns, was auch jetzt. Und ja, bis dann viel Spaß. Macht's gut.